Wir sind die Taks. Die Taks, sagen sie? Sehr interessant. Jetzt teilst du unser Geheimnis. Es ist ein gefährliches Geheimnis. Wir erwarten, dass du uns hilfst, es zu bewahren. Weißt du, was ich tun werde, Schildkröte? Eines schönen Tages werde ich ausreißen. Und dann werde ich ebenso frei sein wie du. Vielleicht reißen wir zusammen aus. Eine Lichtung, sehr viel Sonne und dieser große Baum mit all den knorrigen Wurzeln. Wir hielten an und jeder nahm einen Schluck aus der Quelle. Weißt du, was das bedeutet? Auf ewig? Die Uhr des Lebens würde für Sie nicht mehr ablaufen, Winnie. Wir dürfen Sie nicht entkommen lassen, Constable. Er hatte eine Pistole. Er hat auf mich geschossen. Dann weiß er Bescheid. Ja, das wird er wohl. Das ist alles so schwer zu glauben. Ich finde diese Quelle mit oder ohne euch. Und zum Verkauf brauche ich euch auch nicht. Das verkauft sich von selbst. Ich möchte dir nur eine Frage stellen. Warum hast du uns das angetan? Na, ich sag doch immer, das Leben ist voller Überraschungen. Ich sage, was das ist das Verkauf. Ich sage, was ich für ein Mensch, weil es nicht mehr als ein Mensch ist. Ich sage, was ich nicht mehr als ein Mensch ist. Untertitelung. BR 2018